Der kleine leere Joghurtbecher, er stand da, still für Stunden. So hat man ihn leer in der Küche gefunden. Da kam Papa, einer Stunde, und hatte Joghurt um seinen Mund. Da kam ein Engel herab und sagte zu Papa, du bist schuldig. Und zu den Joghurtbechern sagte er, Joghurtbecher leben länger mit Kalgoon. Ding, ding!